Oh man hey, Ace is free, Waff und er ist ein Dream Team wie es die Welt noch nie gesehen hat und jetzt sind diese Zombies nicht fällig. Aber sowas von du 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 blooms. Jo man, so und nicht anders. Das meint auch der Thomas du 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 du. Was ist das? Wir sind nicht in diesem Ort. Ich werde jetzt sagen, das ist das letzte Team. Willkommen. Das ist das Reise. Was ist das? Was ist das? Moment mal, Oya! Ich habe keine Ahnung! Ich will nicht das so, was ich nicht! Wir werden mit dem neuen Welt zurückkehren, oder? Oya... Wir werden uns hier verletzt. Wir werden alle, immer noch leben! Gehen! Gehen! Gehen wir in der neue Welt! Ich bin der Zeit der Zeit. Ich bin der neue Zeit. Ich bin der neue Zeit. Gehen! Gehen! Oh mein Gott, Wipe ist inspirierend, rückt auf Mariensoldaten vor, was, wenn es einem Ende ist inspiriert, krass. Wafi hat viel zu viele Plagg gemacht, mann, und Aokichi ist ein Spielverderber, also nichts Neues. Die Frage ist bloß, wo genau ist er? Geht's aber unten, ist er? Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen aufräumen. Ja, wir alle beschützen E-Heys, du-du-du. Ein Anführer, interessant. Leite E-Heys, stärke und zerstör die Eislohkade. Du-du-du, das hab ich vor. La-la-la-la-la-la-la. Was ist überall? Okay, Mariensoldaten, ich will auch noch Plap machen. Aus dem Weg, Mann! Ich hab's eilig, ich mein Bro. Einner weniger. Hier geht's, Mann! La-la-la-la-la-la-la-la. Ihr geht mir auf den Kicks, Mann! Du-du-du-du. La-la-la-la-la. Wow, das ist gerade gewesen. Jui! GUMU GUMU NOO! Tschüss Mann! Hoi! Hoi hoi! Dankeschön! Was wir noch fragen, ist es halt wegen Blackbeard, wa? Beziehungsweise natürlich auch wegen Wiped und so, weil, naja, wir haben uns Ruffy gewählt und können wir trotzdem die ganze Mission machen? Oder müssen wir auf halbem Weg irgendwie zum Charakter wechseln? Oder geht's gar nicht mehr? Wir sind dann fertig. Was passiert ist, erfahren wir irgendeinen Rückblenden. Können wir halt im Gegenzug, wenn wir jetzt mit Wipe gezockt hätten, halt noch das ganze machen. Das sind so ein paar Fragen noch Stellen. Na du Scheiss, natürlich muss der noch kommen. Meteor Vulkan! Du bist ein Pendamon! Du bist ein Pendamon! Du bist ein Pendamon, und ich bin wirklich glücklich! Das gibt's doch nicht! Er kann nur noch beten! Was ist denn das für einer Mann! Du 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 du! In die Fresse! Wo ist eigentlich Moria abgeblieben? Es ist ja rechts drüben, wa? Das war's. Ja, will ich auch sagen, auch wenn irgendein Beitrieb von Ace, der war ein bisschen, naja, so, geht so. Von dem guten Papst und so weiter, aber an und für sich doch, er war ein sehr sehr guter Vater. Nein, nicht weil er ist immer noch, ich gebe dir hoffentlich auf, dass wir das Spiel ändern können, das Schicksal ändern können. Vielleicht ein was wäre wenn, wir, hm. Bitte, was mag ich wirklich gegen, gegen ihn? Willst du mir das verarschen? Gegen Muriya in Schwierigkeiten. Okay. Das kann zur Geist Muriya, das ist einmal gemacht, zweimal lassen sich keiner meinen Schatten ran. In Schwierigkeiten, ich komme gleich, Jinbei, ich komme gleich. Ich habe doch was zu tun, wenn man ehrlich sein soll. Muriya ist gleich down, er ist ja auch so ein Penner-Mann, du 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 du, das war daneben, du alter Sack. Seine Helden-Power ist vorbei, du 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 du, jetzt mach ich ihn platt. Ich besuch's zumindest. Ace, was machst du da? Ich bin dafür zu sehr geschwächt. Ich meine, klar, er kann sich schon zwei Logen nutzen, um noch Feuer gegen Eis, aber Ace hat er bis jetzt noch nie sichtbar ein Pack eingesetzt. Das könnte was werden. Äh, nö, so kommt man daraus, wird leider nichts. Denn du wirst hier nicht lebendig davon kommen, du 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 du. Ja, ist leider so, da kann ich nichts für. So bringen wir es zu Ende. Was? Ohne Wipebeard? Dann werden wir doch in der Welt. Ey, du wirst aber keine Chance haben. Und tschüss. Können wir gegen, äh, Akainu fighten? Das wäre jetzt noch geil, weil wir haben noch so viel Power übrig. Na, was ist jetzt aus? Kann ich, kann ich? Scheinbar nicht, ich muss den Fluchtort sichern, Mann. Du 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 du. La 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 la. Jetzt bringen wir es zu Ende, Mann. So, jetzt? Immer noch nicht. Verdammt. Alter, aber jetzt. Jetzt seid ihr sowieso nicht mehr Arsch. So, wo das Gesicht hat. Akainu ist ja noch hinten links oben, aber es ist auch nicht egal. Ach, da ist das, was ich? Also, oh, ich bin wahrscheinlich noch ein ganzer Geist. Ohne Wiener. Ich bin der Entwurf! Ja, ich bin der Entwurf, ich bin, weiß ich nicht. Ich bin der Entwurf. Ohne Wiener. Ohne Wiener. Ich bin der Entwurf! Ja, ich bin der Entwurf. Ich komme mit dir. So, jetzt bin ich im? Es ist ein, was ich? Der Verlust, der Verlust! Ich bin jetzt ein, was ich? Du hast es gebeten, dass du wirklich dein Vater und Roger gebetenst. Du bist der Vertrag des Verlust, der Verlust ist der Verlust. Du hast du nur unterschiedliche Angelegenheiten? Du hast du dich verletzt und du bist mit Verlust-Ausbeln, in der Duworte mit deinem Wolle anst. 2. 5. 10. 12. 12. 13. das ist eine scheiss idee toll der sagt ja ist eine scheiss idee lasst nicht provozieren mann lasst doch nicht provozieren der kann nur so doof sein alter der ist magma du hast keine chance der 100 kenbun schuk und wozu schuk perfekt drauf sehr gerne weit in der bros mahlzeit da ich will ja nicht aber muss ja fast da kann man so ein bisschen gear 3 spämen der ist so riesengroß um die vier meter hoch oder was ja schon mal weg ist geil besiege akainu jetzt habe ich aber erst mal ab das ist echt fleissiges magma also keine chance meins und 2 haki arten nach bros mahlzeit die 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 Halt, halt doch hinaus! Ist nix mehr, ich seh nix mehr! Wo ist er? Dort! Du, 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 bäms und der Finisher, wenn ich bitten darf. Bringt mir leider gar nix. Alter, du bist doch so richtig schnell. Was? Hä? Wie schnell ging das gerade? Game over, was ist das erste Mal? Hä? WTF, was ist denn das gerade gewesen? Äh, ich versteh es nicht ganz. Ich hab da einen Finisher Move eingesetzt mit Kisuna, wo er strimt, und es steht, hm, er ist in Gefahr, okay, geh hin, zack, er ist geflohen. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Abgesehen davon, er müsste eigentlich theoretisch verlieren, was? Oh nein, bitte nicht nochmal das Ganze, ich will es mir verarschen, was? Ja, ich kann ihn vielleicht zwischensperren, er ging natürlich nicht, keine Savestates, nix. Das ist ja wohl ein Scherz. Aber ein ganz, ganz mieser. Was für eine verfluchte Scheiße. Gut, wir haben alles gesehen, Leute, ich werde alles überspringen. Tut mir leid dafür, ähm, wenn es ein bisschen der Puppen so aussieht jetzt vielleicht. Aber, nein, ich sage, das lassen wir nicht von mir sitzen, hallo? Du hast verloren, hey, hm, hm, hm. Mein Alter, ich sah die ganze, ganz normal aus, und plötzlich, äh, geflohen. Und im Vorwand nicht so keine Chance, obwohl ich bei ihm stand. Jetzt halte ich mir auch schon bei. Man durchgehe direkt hoch, ganz ehrlich, also ist mir jetzt echt zu doof. Äh, wir müssten ja schon mal was sammeln und so, aber nein, macht auch nichts. Sorry, jetzt, ganz vermutlich im letzten Lauf hätten wir sicher, na gut, von nur 50% der Münze von dem Team gewesen. Aber wir hätten sicher ordentlich was abgestaubt gehabt. Und, ja, ne, mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich keine Motivation dazu, sorry. Vor allem, weil so hat es wirklich aussah, als wäre es ein Bug vom Spiel. Ja, aber ich versuche es nochmal, wenn es wieder der gleiche Bug ist, oder sonst irgendetwas passiert, dann mache ich es dann off-screen. Und zeige einfach, was passieren würde, wenn wir es halt schaffen, aber das wäre sonst halt zu doof. Und vor allem verstehe ich es auch nicht. Wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich stand immer bei Ace. Also, noch schnell helfen kann man gar nicht. Also, noch schnell helfen kann man gar nicht. Dann sind wir immer hinter das Gespräch zwischen Korb und Waffi. Ja, dann hau doch ab! Ganz ehrlich, Krokodil, auf dich aber so kein Bock mehr. Ja, der braucht ihn schon. Was glaubst du mache ich hier, Mr. One? Oh nein! Alter, mit so einem hellen Zustand, ey! So, jetzt können wir wieder runterkommen. Aber Niemannkopf fliegt, ist nicht so cool, hm. Flucht, ja ist halt weg, ist mir doch scheiss egal. Also da sind wir jetzt echt weniger. Und gleich nochmal der Kisuna-Wash. Spannend, hier wird es schnell durchkommen. Verdammt, genau hier soll noch was machen. Nein! Ah mein Fehl, toll! Und finisher, wenn ich please darf. Hm, da sind wir jetzt weniger geil. Marco ist in Schwiegigkeiten, ich weiß aber gerade noch ein paar Probleme, wenn man selber sein darf. Toll, und da gingen sie doch nicht mehr. Du spinnst doch! Na, na, komm schon! Und... Ähms! So lange Münze her. Schatz, ja eigentlich, das haben wir auch schon, oder? Naja, haben wir ja auch schon. So, und dann noch ein paar Pazifister-Trottel. Sind wir wie gesagt egal. Die fliegen jetzt jetzt zurück. Ja, soll er mal. Da oben war Marco mit ein paar Problemen. Dann haben wir da links oben noch Sentomaru. Aber ähm... Okay, der ist bereits down. Mal gucken wir noch. Nehmen wir nicht mehr. Und gerade Frank ist noch ein Kizuna-Wash voll. Aber er beginnt auch mal hoch. Ja, das war aber sehr viel schneller hier oben als vorher. Aber ich habe ihm halt gesagt, ja ich mache jetzt alles. Und dann wiederum, nö, man kann nichts mehr davon. Das ist natürlich die Geschwindigkeit schon unterschiedlich. Alter, wird das lange dauern, bis ich hier durch bin. Ja, guck mal, vielleicht machen wir das Echtfolge noch ein bisschen länger. Wenn ich jetzt rausfinde... Wo habe ich jetzt Samfehler gemacht, ganz ehrlich? Im Kampf gegen Akainu? Ich habe keine Ahnung. Also meiner Meinung nach kann man da gar nichts falsch machen. Vielleicht sind wir schnell bei ihm. Ich war ihm bei Ace in Nähe. Also ähm... Bin ich schon verwirrt. So können wir auch schon ganz kurz überspringen. Nein, wem nicht. Aber wenn ich jetzt hier verspüren habe... Ja, aber das ist ein Cheech-chan. Ja, nein. Ich bin um das Schläge. Das ist ein Cheech-chan. Hmm. Ich bin Flachsinn. Doch, das wirst du tun, weil ich dich nämlich ganz lieb darum bitte. Ja, tut's mir doch nicht klar. Und... Bingo! Marco, der blaue Phönix, der hat's drauf. Aua! Das tut weh, Mann! Ich hab' gehofft, der die Gegend schleidet. Boah! Und nimmt da bloß die riesen Kugeln her. Aua, aua, aua! So, geht doch! Da ist platt, Opa! So, jetzt sehen wir ihn ja auch. Es haben wir gerettet, Mann, und er hat Schwierigkeiten, ist mir egal. Alles klar, Mann! Jetzt mal nach unten, mach nicht mal Platz. Tür auf! Tür auf! Tür auf! Pass auf, dass Eis nicht fliegt! Ich versuch' es, Mann! Das ist doch ein Beschiss, Mann! Das ist doch ein Beschiss, Mann! Das ist doch ein Beschiss, Mann! Аuaier! Tja, Murier, du kannst lachen, wenn du willst, Tate! Du hast hier keine Chance, Mann! Du 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 duu Yo Du 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 duu Also AS beschützen im Sinne von dass er hoffentlich gar keinen Schaden nimmt das wäre jetzt eigentlich äh ein bisschen schaden genommen war Ich muss nachher echt gucken bevor ich hier einen Finisher setze erstmal warten Bisher ist so weit unten dass er wieder heilen kann und dann sitzt im Finisher Yo man da steht keiner mehr Du du duu Ihr habt keine Chance Das war schon vorher so Hier Jo hatten wir auch schon letzte Fehl Ah wenn das nicht mal der alte Sack Murier ist Und sich Krönenflucht Oh Yo man das hätte ich eigentlich auch vor gehabt Also dann kriegen wir noch aber es muss Murier weg Der Typ nervt Ace ist dort Okay Das ist kein Problem man Obwohl durch den Schilden durch Und das Gum Gum Gewehr Eher Eher Er Verfliexte Das ist ein Doppelgang aus Fällt er ist mir egal Denn so lange überlebt er gar nicht mehr Piratenkönig Piratenkönig du Was ist oben vor Ähm Kaido in die Hose Niemand wieso soll Piratenkönig werden Mhm Geht auch lieber mal nochmal zu Ace vorbei Und guck mal Wie es dort aussieht Eigentlich nicht schlecht Keine Hm Hey seht's aus Dem geht's gut Okay Der Zentralplatz, der ist im Arsch. Servus Akainu! Äh, auch kriegst du natürlich, Entschuldigung. Gehen wir doch endlich mal aus der Sonne, Mann! Jetzt kommt die Hellen in Power. Meines Bros, ja, der ist Bros, denn das ist ja so ein Bro. So, wir sehen schon, auch Kich ist kein Problem. Ja, dorthin war. Und ein Level Up, das ist doch geil. Und jetzt wird's richtig Yo-Yo, Mann. Richtig EP-Stiftig! Die Mission ist komplette! Oh, was ist denn los? Kennen wir leider auch. So, wo ist denn jetzt eigentlich Ace, wenn man über seinen Gesuchungszustand klar werden kann? Äh... Wo ist er? Ah, da ist er. Dem geht's gut soweit, wa? Okay. Versuchen wir's nochmal. Gut, ihr seht's vorbei. Okay. Hm... Er muss einfach ganz schnell hoch und... Also suchen, was er kann. So... So... Ich gucke nochmal, Wab ist jetzt also noch an Bord, ok, interessant. Ich muss noch kurz warten, bis es wieder regenerieren kann, denn es zieht sowieso nichts ab. So, jetzt kann ich wieder los. Verdammt! 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 Ich dachte, wir hätten Platz gemacht. Aber jetzt geht es auch noch gut, hä? Vorhin war alles schon total irgendwie, alles Marsch. Komm schon, komm schon, es muss das Ende sein! Komm schon! Ja, die sind doch kein Problem. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war's für heute. Sie sind bereits verletzend. Wer will es nicht verletzen, Sie werden unbedingt nicht verletzen. Gehen Sie nicht. Hey, warte! Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin doch dabei, Luffy! Das ist doch egal. Ich weiß nicht, dass ich mein Leben nicht mehr verstehe. Ich bin nicht mehr. Also, ich bin zu sagen, Luffy. Was ist das? Er ist... Sie sind die Bedeutung? Das war's für mich. Ich bin ein, das ich mir nicht sehen kann. Ich kann nicht sehen, dass ich dich das Leben nicht sehen kann. Aber ich kann nicht immer wieder tun. Ich bin mein Vater. Ich habe das Leben in der Zeit gefreut. Ich habe keine Angst, dass ich es nicht so lieb, was ich. Das ist ein Verrückter. Das ist ein Verrückter. Das ist ein Verrückter. Das war wirklich ein Verrückter. Ich hätte nicht mehr als ein Verrückter. Ich hatte das Verrückter. Das war die Antwort. Ich habe das Verrückter. Das war's für heute. Luffy... Ich werde sagen, dass du... ... und alle... ... und alle... ... und alle... ... und Luffy... ... alle... ... und Luffy... Le Af disorder... ... es ist für heute... ... aus dem F campeon... ... mit dem Müller principals... ... es geht um mich... ... es geht um mich... ... unter euch... ... Всем ihr mag... ... keine wenigсти... ... habe mich... ... Es geht nicht mehr, was es zu vertreiben ist ... ZDF-2 Oh, 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 oh! Oh, oh! Ah, ah! Ah, ah! Was war mit dem Kuss? Was ist der Krieg? Ich bin schwer! Ich kann nur noch ein bisschen守ieren! Luffy! Komm her! Ich bin nur ein! Das ist nicht so. Ich werde mich nicht mehr so verletzen, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Das ist mein Körper, mein Körper! Das ist mein Körper, mein Körper. Das ist mein Körper, mein Körper. Wenn er sterben ist, wird er sein, was er. Hör auf! Wenn du etwas sagst, dann schau dir das! Wenn du dich in Ordnung hast, dann schau dir das! Du kannst nicht mehr sehen, du kannst! Bis zum nächsten Mal. Ich hab mich nicht so auf euch gesehen habt. Es war eine ganze Umweilung von Affedingungen in der Osten. Ich hab die Leute mit einem Schlug auf den Lauf. Sie haben nicht alles geholfenlich. Es gibt nichts aus dem Lauf. Wir wissen noch welche doch noch. Die Leute haben jetzt nur ein Schauspiel mit einem Schauspiel. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Oh, Luffy-kun. Ich bin sehr gut. Oh, Luffy-kun. Ich bin sehr gut. Ich bin ein Freund mit einem Mann. Das ist wirklich gut. Was hat sich in dieser Stadt passiert? Will ich wieder um die Stadt wiederholfen? Ich habe eine Frage von mir. Null oder Soll, natürlich, dass du dich entschieden hast. Der Luffy hat die Luffy-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin-Wara-Mugin. Was ist das, was das Ziel ist, was das? Was ist das, was ich? Oh, das stimmt. Ich verstehe! Entschuldigung. Entschuldigung, Luffy. Ich verstehe! Ich verstehe, Luffy! Ich verstehe! Ich verstehe, Luffy. Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! So ist es. In zwei Jahren geht es weiter. Das heisst also für uns, irgendwann 2017 war. Natürlich kein kleiner Scherz. Wir werden zwei Jahre überspringen und weg. Morgen geht es mit dem nächsten Part weiter. Gut, wir haben es noch geschafft. Dann den Kampf gegen Akain und so weiter. Trotz Überlegen und allem möglichen. Hm, was soll ich sagen? Der grosse Unterschied war zum ersten Kampf. Oder erst im Versuch. Keine Ahnung. Natürlich sehr viel weniger gemacht als das erste Mal. Ja, ich weiß es mal nicht sicher. 30% haben wir sogar 44 gehabt. Egal. Und natürlich auch wegen dem Razer erwähnt, wegen Blackbeet und so weiter. Ich denke echt hätten wir da als Jinbei, als Mako oder eher vermutlich sogar als Viper gezockt. Dann wäre wohl dieser Abstand noch gekommen. Aber ähm, vielleicht mache ich den irgendwann mal noch. Aber jetzt will ich erstmal eine neue Welt aufbrechen. Und das wie gesagt dann im nächsten Part. Ja, das ist doch geil. So, später auf dem Sabodi-Achepil. Da geht es weiter. Wir sind natürlich sehr viel stärker. Mit Kapitel 5. Oder letztes Kapitel sogar. Äh, ich schätze mal, dass wir da 5 Episoden haben. Jo, also dann Leute. Im nächsten paar geht es weiter mit dem letzten Kapitel 1. Die Insel des erneuten Aufbruchs. Bis dahin. Ciao zusammen. ty hoch rein. und diese Zung.